So, grüß Gott und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Franzl. Heute haben wir nämlich äh, äh, die folgen haben wir nämlich da beim Kindergarten. Machen wir da? Äh, da, da drüben, da war der jetzt auf der anderen Seite. Aber auf jeden Fall bei so einem Kindergarten. Und, äh, ja, da ist noch irgendwie Alarm angekommen, ich weiß nicht. Checkt es unbedingt rechts um mich aus, wer die Folge folgende gesehen hat. Und, äh, die, die kleine Franzl hatte irgendwie, äh, ähm. Oh, oh, okay. Äh, ja, der, der hat auf jeden Fall so Österreich-Dings gezeichnet, der war noch da drinnen. Warum ist er immer unsichtbar? Ist, okay, wer eh immer das war. Äh, ja, und wir haben ein bisschen Grenade-Launchers oder irgendwas gekriegt vom Franzl. Oh, na. Ha, 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 hallo. Ja, was ist das für mich? Äh, aber wo beobachtet denn ich? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, ja, ein Fall für dich, großer, äh, dicker Franzl. Was war das? Ah, nein, nein, das stinkt mal nicht so. Nein, 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 ich mach das nicht so. Hier bin ich leben. Wahnsinn. Ich bin eigentlich ein Mann. Äh, okay. Ähm, ja, das war natürlich ganz legitim. Ah, okay. Alles klar, weil durch den Kriminalamt. Nein, nicht Kriminal, nicht Kriminalamt. Äh, ich brauch irgendwie mehr Schnitzel. Hab ich noch ein bisschen Schnitzel, oder? Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ach, da hab ich noch genug Schnitzel, nice. So, ähm, ich will mal sagen, okay, schieß ich wieder. Was hieß denn, Franzl? Wow, wow, ich muss die damit. Wow, ich hab noch mal perzen. Äh, hallo. Oh nein, hallo. Ja, grüß Gott. Der Bankkonto ist abgelaufen. Wieder abgelaufen ist ja, ich hab gar kein Bankkonto mehr, oder? Das Ablaufdatum ist erreicht. So, äh, warte mal, wo worden ist. Ah, Sekunden, warte kurz. Äh, so. Folgen, 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 nehm ich irgendwo. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das ist. Warte, eine Sekunde, ich hol's kurz. Ähm. Sekunden, so. Ähm, da da, so. Und so. Ablaufdatum ist erreicht. Da bin ich nämlich das da. Hüttengaudi. Franzl Hüttengaudi. Wer war das? Franzl Hüttengaudi. Unterschrift Franzl Hüttengaudi. Aber, ich weiß nicht, wie hüt... Ich odler mich doch noch mal, nicht Hüttengaudi. Äh. Das ändere ich kurz. Ja, aber die Unterschrift ist nicht... Ist das jetzt korrekt? Jo, ähm, aber das ist nicht meine Unterschrift. Franzl, äh, ich... Bitte tun's das Unterschreiben. Und läuft das Bankkonto ab. Okay, warte. Ich unterschreib's kurz, so. So, fang, ja. So, Unterschrift. Boah, da ist ein bisschen länger, weil mein Fühler ist nicht so gut. Sack. Gib mir all... Wer war denn die junge Dame? Oh, für junge Dame, ich hab gar nicht gesehen. Ähm, so war die Unterschrift. Ähm, Franzl... Jodlerhausen. So, diese war jetzt meine Unterschrift. So, dann und da. So. Woll ich das Bankkonto verlängern? Verlängern, natürlich verlängern. Oh, hallo. Willst du auch Bankkonto? Nein, 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 ich bin nicht lieb, ich bin nicht lieb. Nicht mehr schlagen. Ich verlängern das Bankkonto und erhöhe den Zinssatz für die Bank. Oh, da seht ihr, der Zinssatz ist immer gut. Äh, so. Ich wollte eigentlich noch schauen, Ähm, ob es irgendwie irgendwas nächstes gibt, aber anscheinend nicht. Ja, was ist denn, was ist denn, dicker Franzl? Aber ich fang gerade auf, ich bin wieder groß, gell? Oh, oh nein. Oh nein, Detlef. Ich weiß, wie wieder groß. Detlef jetzt spiel ich. Detlef nicht weiß, wie wieder groß. Okay, ja, schauen wir im Fernsehen, da ist ein Fernseher. Detlef will spielen. Spielen? Was willst du denn spielen? Hä? Nein, 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 nein. Alles gut. Spielen? Ja, spielen? Ich kann mich spielen. Seht ihr vielleicht lieber aufheben? Oh, böse. Oh. Oh, oh. Oh, oh, die hat keine Munition mehr. Müssen wir aufstehen, oder? Spielen? Nein, 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 andere Richtung. Genau, genau. Spielen, spielen, spielen. Spielen. Oh, da. Oh. Spielen. Äh. Ähm. Öppel sein. Oh, okay, Detlef. Schlager, Fran... Oh, oh. Ich weiß, ob das gut ist oder schlecht. Schlager, Franzl. Oh, warte mal. Ist das respawned eigentlich eigentlich? Ich glaube, der respawned irgendwo. Der andere ist ja eigentlich wiedergekommen. Ähm, okay. Okay, dann würde ich sagen, eigentlich... Schau mal, ich glaube, ich bin wieder beim Vermieter vorbei. Vermieter, den Mieter, den Mieter. Ähm, wohl. Ja, okay, wir gehen mal zum Bankkonto-Typen. So, äh, Bankkonto-Typ. Ja, ich komme schon wieder. So, ich bin noch mal in allem da oder mit. Also, ich bin auch mal in Waffen mit. Also, falls er mich bedroht, dann kann ich ihn eigentlich auch zurück bedrohen, oder wie man das sagt. So, ähm. Ähm, hallo, Bankkonto-Typ. Offentlich ist er daheim. Okay, steht immer nur Bank und so. Ähm, okay, steht immer neu eröffnet. Oh! Oh, ähm, hallo. Ich habe noch was beseitigen müssen. Beseitigen? Ein Reh ist schon wieder eingebrochen. Ein Reh? Wo ist denn ein Reh? Konntest du einbrechen? Ein Reh von den Bergen. Die verirren sich manchmal ins Tresorraum. So, im Tresorraum? Ah, ich war nirgends drinnen. Alles gut. Ähm. Ein Tresorraum. Können wir noch ein Löffchen? Herr Franz. Herr Franz, er ist Franzl. Gibt es ja nicht. Äh, ja, guten Tag. Ähm. Ja, wie... Ich kann nicht Ihnen helfen. Äh, wie steht es mit dem Zinssatz? Der Zinssatz, ich stehe mir noch hoch. Der Zinssatz hat er... Zinssatz? Äh. Ja, guten Tag. Ist der Vater vielleicht auch mit? Der Vater? Ja, natürlich. Das ist irgendwie ein komischer Vater. Oh, ja, ja. Der... Äh. So, das ist ja nicht erlaubt. Ich muss die Polizei alarmieren. Ah, ja, machen Sie das? Keine Ahnung, warum... Wer immer das war. Äh. Ja. Der Zinssatz, der steigt. Der steigt? Laufend? Okay, gut. Ähm. Der lauft. Der lauft. Ich muss auch laufen. Okay, ja. Meine Mutter sagt, ich muss laufen. Laufen? Okay. Der lauft die Nase. Irgendeine Allergie. Okay, ja, die laufende Nase, die haben sie eigentlich eh schon. Ähm. Ja. Ja, okay. Und die muss laufen, weil meine Augen... Okay, dann laufen sie. Haben sie auch einen schönen Tag und so? Dann läuft es auch schon. Okay, rennen wir wieder nach. Ich glaube, der geht wieder zum Lettlandviertel da. Da vorne... Oh! Der hat eine Burg gemacht, gell? Da vorne ist er wieder irgendwo. Okay. Okay. Ob er ruf mich denn jetzt schon wieder an? Hallo? Ich glaube, die Verbindung ist irgendwie schlecht oder so. Ich bin auf der... Ockne, Mann! Ich bin auf der Arbeit. Ich kann grad nicht telefonieren. Gehört das aber echt an? Ockne, Mann! Hast du doch noch deine Hose schon wieder gewechselt? Und du blamierst mich vor meinen Arbeitskollegen. Es ist mir egal. Hast du die Hose gewechselt? Ich hab die Hose gewechselt auf die Laufhose. Das ist doch ganz gut. Ja, jetzt bitte leg auch. Ich will den Schwarzenwein probieren. Ich will den Schwarzenwein probieren. Wir haben einen Zinssatz. Einen Zinssatz. Was sagt der Vati? Der Vati? Geht da gar nichts an. Der Rüdiger soll ich nicht sehen. Alles klar, okay. Es ist ein wenig an, okay. Rüdiger, bewacht was da. Ich muss den Schwarzen an den Kurbeln. Okay, klar. Versteck mich da, okay. Die Wirtschaft, die wird steigen. Ich hoffe, der hilft da irgendwie bei seinem Handy. Wenn er ein Handy hat. Nicht da. Bitte, ich habe da. Und da kommt. Ja, ich will den jetzt an. Oh nein. Haben wir den Falsch nachgerufen? Ich habe die Telefonstreicher. Ich muss da jetzt zwar eine Anmeldung bringen. Nein, kann mich da irgendwie ein? Ist die Frage. Ach, der ist da vielleicht ab? Oh. Warte, er schaut in die Luft gerade. Okay, okay, easy, easy, easy. Oh, oh. Oh, oh. Hä, hallo. Oh. Bibi, Detlef ist langweilig. Hallo, stie mit mir. Erbärmen Sie sich an diesem Gebiet. Hä, Telefon. Was? Ähm, oh, okay, Detlef. Oh, ja. Detlef ist langweilig. Langweilig? Warte, heute war ein... Warte, heute war ein... Oder? Telefon. Ah, gerade Telefon. Ich will es dir. Was ist da einer? Telefon. Oh, oh, okay. Oh, ich bin drin. Okay, es hat funktioniert. Was ist das? Okay, es geht auf. Warte mal. Ich glaube, so könnte ich mir einen Flüchtweg machen. Ich hoffe, der Bankkonto-Typ muss er... Komm jetzt rein. Okay, das ist irgendwie in die falsche Richtung. Oh, jetzt irgendwie so. Jetzt wieder zu, okay. Ich mache mal die Tier da lieber wieder zu. Okay, funktioniert. Egal. Ähm. Warte mal. Geh, wenn da irgendwo wohnt da irgendwo wer? Ich gehe mal da links rein. Hallo, wohnt da irgendwer? Das sieht irgendwie sehr verlassen aus. Da ist der Bürgermeister raus. Ich hoffe... Oh, oh, oh. Hallo? Guten Tag. Ah, wer bist da immer? Du? Volksschule. Nicht bestanden. Volksschule, nicht bestanden? Äh, ja, du hast da irgendwie einen Klotzen oder so? Irgendwie wieder... Oh. Ich habe meine Schwester geheiratet. Die Schwester geheiratet. Warte mal, hallo? Hallo, ähm, nicht bestanden Volksschule. Ah, hallo? Ähm. Ist das hier ein Ehemann da vorne oder so? Ja, das ist mein Bruder. Oh. Oh, 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 okay, okay. Äh, ich gehe einfach einmal wieder. Okay, tschüss, die Wadeln. Ähm. Meine Wunde da vorne wer? Ich gehe mal übers Bürgermeisterhaus da drüber. Okay, da sind überall solche Garagen da. Hallo, wohnt da irgendwo... Oh, hallo? Oh, na. Oh, schau's da. Äh, guten Tag. Äh, tschüss. Äh. Oh, okay. Ähm, hallo? Wohnt da irgendwer? Okay, der hat da so eine verfolgte Blume irgendwo drinnen. Da hat die Kuchel. Ähm, hallo? Und da ist ein Dusch. Aber Dusch irgendwie nicht vorhanden oder so. Ich glaube, da wohnt keiner eigentlich. Aber es sieht eigentlich sehr verlassen aus. Ich meine, das Grundstückl da. Also das ist komplett alles vor Lettland. Ist eigentlich komplett verlassen gefüllt. Oh, ist Bankkontotyp da? Bankkontotyp? Ähm. Okay, ist nicht da. Oder hat der vielleicht auch irgendwo ein Haus? Aber die haben auf jeden Fall jetzt ein Sicherheitssystem. Das heißt, ich glaube, die bauen immer irgendwie immer weiter aus oder so. Hoffentlich machen die nicht immer irgendwann... Und jetzt ruf mich nicht mehr an, Mutti. Ding Dong. Ich muss doch mit einer Song nicht klingen. Meine Mutti, ich hab meine Laufhose an. Die Laufhose? Können wir so laufen, glaube ich? Ich hab die Beine genommen gegen Durchfall. Okay, okay, okay. Das ist doch richtig. Aber hast du auch dementsprechend... Hast du dementsprechend auch die Klospülungshandschuhe an? Oh nein, wir haben die Klospülungshandschuhe vergessen. Och nee, ach mein du... Jetzt muss ich mich nach Hause. Och nee, der Bruder ist doch viel besser als du. Und der Bruder... Bruder... Ach... Sieht ihr das? Nein, ich glaube, ich würde jetzt wieder heim gehen. Erstmal. Ich weiß es nicht. Ich kann mal heim. Aber das Ding ist... Man kann das eigentlich offen lassen. Das ist da. Vielleicht das nächste Mal wieder zu. Ich glaube, ich muss eigentlich das da... Ich gehe so. Äh, so. Äh, dann irgendwie wieder zu machen. Äh, dann... Äh. Was machen Sie in Lettland? In Lettland? Ja, was... Ja, das ist doch... Mit Land... Oh, 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 oh. Ja, ja, tschüss, tschüss, die Werdel. Die Lettländische Polizei alarmiert. Oh, oh. Lettländische Polizei. Die sind gut. Oh, 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 oh. Äh. Du, du. Lettland Mafia. Oh, na, Lettland Mafia. Oh, oh, schön, schön, schön. Der Zinsatz wird gekürzt. gekürzte zinsatz er schießt immer noch schnell ab die latländische polizei oder so oder die mafia er schießt immer noch ich werde kritisch als auch ähm was kommt da hinter mir so was immer das ist oh ich weiß nicht der typ ich hoffe der kommt nicht oh uhr latländ uhr latländ hallo 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 latländ aufmachen nicht latländ aufmachen du du hallo wo schluss im zimmer ich zeig dir was komm mit und geh da bei dir raus bei dir komm mit grad grad ist der andere da ich glaub nicht mehr folgt den ton folgt den ton oh na wir latländ wir latländ länd alles gut wir müssen uns barrikadieren oh na oh na latländ hallo rein Nein, 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 Detlef nicht! Hallo! Detlan! Oh! Detlan! 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 Teleport! Oh! Okay, anscheinend war er teleportiert. Und wir können eigentlich Detlef seinen Weg wieder nehmen, von draußen. Detlef hast einen guten Weg. Okay, ich glaub den Weg. Detlef, kannst du den Weg schnell aufbauen in meiner Wohnung? Detlef? Hallo? Ich bin draußen, beim... Da, da, da! Kannst du mir den Weg aufbauen? Baby Detlef? Detlef, darf nicht mit Fremden reden! Und darf nicht mit Fremden... Ich bin kein Fremden... Also wahrscheinlich, weil ich nicht in meiner Wohnung da bin. Egal, ich geh einfach schnell den normalen Weg aufbauen. Und da würde er schon sagen, was für die Folgen. Oh! Hoffentlich kommt der Typ nicht nochmal in die nächste Folgen. Oh! Oh! Aller Geist! Oh! Okay! Aller Geist? Hast du irgendwie ein Wasser? Du hast ein Wasser? Okay! Okay! Ähm... So! Okay! Ist der Geist eigentlich? Okay, ja. Der ist wieder... Aus seinem Platz, der kupft. Ähm... Was ist denn Geist? Bleibst du da mal stehen? Ja, was ist denn? So, was soll ich machen, ha? Ja, genau. Geht aber eigentlich zum... Warte mal, wo ist eigentlich der große Pfarr? Also warte mal... Oh! 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 Was passiert jetzt? Oh! Oh! Okay, warte mal. Oh! Er ist weg? Hä? Nein, jetzt bin ich wieder drinnen, oh oh, äh, Detlef, bist du da, warte was, 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 so, das war ich nicht, ist ausbrochen, oh, hallo, äh, ja, das war ich nicht, ja, oh, ja, mach es einfach mal, ja, dann würde ich sagen, das war es für die vorigen Minecraft Franzl, lasst ein Like und ein Abo da, äh, für mehr, und aktiviert die Glocken, da seid ihr immer alle, äh, bei den Franzl Videos, und könnt es direkt in den Kommentar schreiben, wie ihr das Video gefunden habt, und, ja, lasst ein Like und ein Abo da, und ciao,